Das Unbehagen, aber gleichzeitig das Ernste, dass es bald losgeht. Vom Bahnhof sind wir eigentlich alle direkt herangekommen, haben uns langsam herangesetzt, jeder so in seinem Tempo ein bisschen, also einfach hauptsache man sitzt fünf Minuten vorher spätestens am Platz, hat seine Noten bereit, hat vielleicht schon ein bisschen gestimmt und so. Es ist immer eine Stunde bevor, um eine Repetition zu machen, und dann machen wir zusammen. Es ist immer sehr schön, weil wir uns immer wieder finden, denn es ist immer eine Woche, wir haben ein anderes Konzert, und es ist immer sehr schön, die Leute in der Orchester zu finden, und es ist immer eine Ambiance gut vor dem Konzert. Jedes Mal, wenn ich im Anzug bin, bin ich halt am Spielen, und ich habe es sonst nie an. Ja, man ist plötzlich einfach so, so, jetzt geht's dann los, und man nimmt mal das Instrument vor, und beginnt einzuspielen, und man gibt einfach so eine andere Aufmerksamkeit zum Schluss, würde ich sagen. Ich bin echt von weitem gut aus, wenn man fliegt, dann macht's gut. Dann auch gut fliegen. So, vor allem ganz. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Das war sehr gut. Es ist immer sehr, sehr emotional, wenn wir mit einem Arches des Jeunes spielen, weil wir eine Woche zusammen gemacht haben, und es gibt immer viele Souvenirs, und es gibt eine andere Energie. Das war sehr gut. Das Konzert war gut, aber anstrengend. Ja, es hat mega Spass gemacht, heute hier zu spielen. Und das Konzert ist sehr gut gelaufen, hat mich gedacht. Und auch vor allem der zweite Teil war sehr interessant zum Spielen, und ich glaube, das Surikum hat mir auch Freude gehabt, also hat es wirklich Spass gemacht, ja. Es war ein mega cooles Konzert, also einfach entspannt. Jetzt gehen wir wahrscheinlich ein Bier gleich trinken.